Komm, 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 komm! Hallo meine Gucke-Freunde und Gucke-Net! Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft! Zusammen mit dem... Alte Mavte weh! Ich hab... Ich hab zu viel Shisha geraucht! Und... Wow, Mann, halt, Alter! Nee, nee, hab ich nicht! Äh, das war jetzt ein sehr... dummer Start! Aber wir sind wieder freundet, ne? Bist du dir ja ganz sicher? So halbwegs sind wir schon befreundet und... Ich bin mal wieder Meiko, einfach... Weil Bock! Ja, Weil Bock! Weil Bock! Ja, Heiko! Und, ja, da wir bald Weihnachten haben, ist meine Frage an euch, Was wünscht ihr zu Weihnachten? Schreibt's mir in die Kommentare! Das würde mich interessieren! Obwohl es die Leute gibt, die so mehr... so Spiele holen, oder mehr so T-Shirts und sowas, das interessiert mich mal! Und irgendwie, äh, höre ich mich doppelt manchmal, weil die ist halt gerade so ein bisschen... Ja, ich... ist... ähm... Ich hab grad auch ein Team-Speak mit Lachen, mach ein Team-Speak mit Beschreibung, das ist wirklich geil! Hörst du dich doppelt? Ein bisschen, ja! Dann stelle ich mal laut Stärke und so, oder? Jetzt? Ja, warte! Lalalala, okay, geht! Ist nur noch ein kleines Bisschen, aber das ist nicht so stört, ich meine, das hört man nicht und das war dumm! Ja, Facecam kommt erst bald, weil ich da noch eine kleine Schwierigkeiten habe und das auch wirklich viel Arbeit ist. Aber wenn das nicht jetzt so dumm anhört, das ist wirklich viel Arbeit! Aber ich hab, ähm, ne, voll Kurs mal aufgenommen und die werde ich nicht hochladen, aber... Ja, die war zu lame! 40 Kills! Die war richtig gut, ne? Alter, es ist die gleiche Map! Wir sind hier im Blau! Ist die gleiche Map? Ja, bei mir ist beim... Ich hab übrigens das neueste, ähm, Thatcher Pack von Specs, das, ähm, Christmas, da hat es updated worden. Nur halt so wegen Weihnachten und ich werde grad abgeschossen hätte! Ich hab übrigens neuen Skin und, äh, neuen Namen. Falls ihr wisst, wer das ist, dann... Und aus welchem Spiel vor allem, könnt ihr mir einfach in die Kommentare schreiben. Boah, Alter! Ich dem gesprungen geschafft hab' das bei MlG! Nein, nein, komm rauf! Ich schaue, ich treffe nicht, ich treffe nicht! Warum jetzt, 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 jetzt! Komm, 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 komm! Leute! Ich wurde von hinten abgestört, ey! Marvin, sag mal auch was! Was? Ja, einfach was zu sagen! Ach so, äh, diesen grad bei unserem Chor, die haben ihn fast abgewohrt, aber... Ich mach die Einsensachen! Wir haben... Ich muss ja kurz wie den Tonlaut schon machen, also ich hör' nix! Was? Reden wir jetzt? Hallo, hallo! Jetzt hör' ich mich wieder doppelt! Ja, warte, ich mach' dich bei... Ich hab' übrigens, ich mach' jetzt alle Leute... immer leiser machen und ich skype' jetzt nicht mehr, ich mach' jetzt auch Teamspeak, weil das ist einfach angenehmer und... ja, spart' ein bisschen Zeit! Was gefällt dem Papa hier? So, erstmal jetzt ein Zeug... Ja, vielleicht schon bei, äh... Gabbys Mott gemerkt, dass ich neue Musik hab? Die hab' ich einfach mal so irgendwo gefunden, ich weiß nicht... denn der Marvin hier, der hat nur eine Musik, die er von mir hat... Ach, komm, 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 komm! Killin, killin! Yeah, ease! Marvin, komm her! Hier, Eisen! Nein, brauche ich nicht! Okay, dann mach' ich dir eben Sachen! Nein, ich brauch' keine! Aber wozu hab' ich jetzt meine Eisen mitgenommen? Tu's vier... Zurück! Wie viel Killz hast du? Bist du tot? Wie viel Killz? Keine Ahnung, ich hab' noch grad' ich gekämpft! Alter, ich hab' ich hab' jetzt schon zwölf! Ich hab' jetzt schon zwölf Killz! Ja, lol! Da bist' auch volle Draufgänge! Ich bin so mehr... mehr so schüchtern und... mehr so aufpassen! Ja, so bin ich... Der eine hat'n Skin, der so aussieht wie deiner! Der Evil Game Boy, der hat so'n ähnlichen! Der sieht richtig nah aus! Okay, komm! Kannst' auch einfach auf Tab schauen! Oh, hier greift' mich zwei an! Zwei versus eins ist kacke einfach! Ist er down? Er ist down! Ist das unser Chor? Ne, das ist deren Chor! So brauche ich mich nicht ab, weil ich's kann! Team-Speak in der Beschreibung, glaub' ich! Ja, ist er! Und du bist auch in der Beschreibung? Wegen meinen Team-Speak ist einfach nur heftig! Da reden wir auch grad drauf! Wegen... Wir haben schon Ränge an, es ist gewonnen! Wir haben einen Cheap in den Zerstörer bekommen! Aber unser White-Core ist... angegriffen! Ich geh' da mal hin! Nein, Hilfe! Ich werde angegriffen! Ja, in letzter Sekunde hab' ich den noch! Geil! Ich hab' den erwischt im letzten Sekunde! Ich auch, also! Ah! Ich legge, ich legge! Hilfe! Marvin! Ja, ich bin bei unserem White-Core jetzt gekommen! Ich hab' den White-Core abgebaut von denen! Ja! Ziemlich, he? Heftig von denen! Heftig! Oh! Ich bin bei uns, Leute! In der... Hab' ich nämlich ein... Ähm... Ich hab' diesen Kanal hier einfach Gaming macht! Einfach so, um euch zu unterhalten! Um euch das Spiel zu zeigen! Blablabla! Und auf dem zweiten Kanal wäre ich einfach... Ja, andere Dinge! Wie zum Beispiel... Ja... Weiß nicht! Ich hätt' einfach ne Beschreibung auf dem zweiten Kanal! Also könnt ihr mir in den Kommentaren Schatz sagen! Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich bei meinem Kanal einfach... Okay, das war sehr gut von dir! Ja... Dann hab' ich in meinem Kanal einfach bei den... Wiese Samen... Ähm... ...Picture immer bleiben soll! Also nicht bei dem, sondern immer bei solchen Wiese Samen! Ach, die sind mal White-Core! Hilfe! Die haben in den White-Core von uns, ja! Ja, ich brauche... Den... 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 Den Kopf von denen ab! Wenn ich den jetzt kriege, dann haben wir gewonnen! Die haben in den White-Core von uns jetzt! Nein! Nein! Ich brauche den ab! Ich brauche den ab! Komm! 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 Das ist ein heftiges GG! Heftiges GG! Heftiges GG! Neue Runde! Yeah! Neue Runde! Warte ich! Ich warte, bis wir rausgelegt werden müssen! No! Ich hab' einfach beide... Einfach beide abgebaut! Aber dafür hast du die Kills, ne? Ja! Ja! Ich hatte am Ende jetzt 28 oder 30 Kills! Wer es glaubt, wir sind auf dem Gomme! Ja, jetzt anders! Falls die Leute, die es nicht wissen oder gesehen haben! Welches Ziel? Blau sind wir schon! So! Äh! Bist du noch da? Ja! Ich bin auch da! Okay! Boah! Die sehen aber richtig cool aus hier, die Lampen! Richtig cool! Wie so ein Geschenk! Oder so eine Laterne! So! Ich mag das Hedgefekt! Das werde ich behalten! Vielleicht... Vielleicht einen halben Monat werde ich es behalten! Und ähm... Ich mach' auch mein Best Of! Zwei... Ich hab' keine Sache! Ich sag's euch schon mal! Ja! Das wird dann am 12.01.2017 kommen! An dem Tag, wo ich mal einen Kanal erstellt habe! Vor... Weiß nicht... 3, 4 Jahren! Und mein erstes Video war vor 2 Jahren! Ja! Ich hatte halt meinen Kanal schon ein bisschen länger! Sein erstes Video war vor 2 Jahren! Ist auf der Wii U! Oder Wii! Auf der Wii! Haha! Wisst ihr noch, Leute! Man hat sich auch gesehen! Im Bildschirm! Das war richtig... Das ist auch der Grund, wieso ich mich gezeigt habe! Weil das einfach nützlos ist! Ich wäre auch... Ich wäre auch so ein Typ, der ungern Videos löscht! Vor allem solche... Ne? Wenn die Videos aber richtig scheiße sind! Bist die so richtig peinlich! Dann werde ich sie gar nicht offen haben! Bis sie sie gar nicht mehr da lassen! Oh mein Gott! Ich hab'n Weckmann! Das ist die aus... Wie heißt der? Schreck... Aus dem Schreckfilm! Verbrennung 1! Dicker! Lol! Bam, 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 bam! Der Normaltische sieht aus wie ein normaler Keks! Aber hier ist da so ein... So ein Keks... So ein... Butter Keks! Ich weiß nicht, wie der heißt! Der ist so'n ganz simplen Namen! Und die... Weckmann oder Weckmann oder... Hier sind Dias! Stell die Dias dabei! Hier! Danke für den Tipp! Die Dias sehen so richtig smooth aus! Richtig cool! Aufpassen! Gegner! 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 Kontakt! Ich hasse diese... Weißt du was? Ich war bloß! Mann! Geh doch weg! Scheiße! Politiker! Sorry! Und... Ab genug für mich selbst! Für dich hatte ich jetzt einfach keine Nerven mehr! Hilfe! Ich bin auf der Insel! Bei welcher? Was ist der Gegnerischen hier? Ich bin bei dir in Koa! Ich bin bei dir in Koa! Ich bin bei dir in Koa ganz alleine! Hier sind überall Gegner! Und ich habe einen gekillt! Mit Eisenzort! Alter! Scheiße, Scheiße! Ich brauche Hilfe! Ich habe noch einen gekillt! Was für eine Diersache soll ich dir machen? Gar nichts! Ich brauche einfach nie was bei Koas! Komm! Ich will dir was geben! Ich... Ich gebe dir eine Weihnachtsfestigung! Das richtige Weihnachtsfest! Alter! Ich brauche Hilfe! Ich bin bei dir in Koa! Ich mach dir in Dierschwert! Komm doch mal! Ich mach dir grad Dierschwert! Mach einfach mal runter! Ich bin bei dir in Koa! Ich bin bei dir in Koa ganz alleine! Ich komme gleich! Ich muss noch eben was machen! Ich habe ganz viele Dierschwerte gemacht! Die tue ich jetzt alle hier in der Kiste! Ah ja! Ich sterbe, weil niemand mir hilft! Weil ich ganz alleine bin, Alter! Zack, zack, zack! Zack! Schwerz! Zack! Okay, komme! Alter, ich brauche hier doch mal Hilfe! Bei welchem Tor? Auf der rechts? Bei der in White! Bei der in White! Ah, okay, ich seh's rechts! Okay, gut! Ich komme! Ich will mein magischer Kuchen werden! Okay, ich bin down! Ich bin down! Hier sind zwei! Zwei wird eins! Ja, down! Alter, ich hab so viel... Ich hab auf dem Weg dahin... Drei gekillt! Nee! Und dann bei der Base da sieben! Okay! Ich bin einfach Maschine gekillt! Sondern ihr schreibt mal in die Kommentare, welchen Modi von Minecraft... Achso, diesmal unteren Left Core! Was? Diesmal unteren Left Core! Also da ist nur noch ein Mann, der verteidigt! Nein! Ja, der ist jetzt auch selbst down! Ja! Oh, Leute! ein Aim-Bot! Das sah halt richtig aus wie Aim-Bot! Ähm! Bam! Okay! Äh! Komm! Ich komm doch nicht hin! Ich komm nicht zu deren Core, Alter! Komm zu deren White Core! Also von uns aus links! Ich weiß! Ich weiß, was du meinst! Ich weiß, was du meinst! Nein! Nein! Ich bin Poltier! Aber ich werde von 200 angriffen und das ist Reftel! Der ist komplett ungeschützt, der Core, okay? Der ist komplett ungeschützt! Ab ein! Nein! Nein! Ich lege! Ich lege! Okay, jetzt geht's! Nein! Der eine kommt Hilfe! Ich bin zwar Poltier, aber ich brauche Unterstützung! Okay! Einen habe ich! Nein! Okay! Ich hab beide! Scheiße! Ich bin fast tot! Da bist du ja! Hey! Achso! Das bist du! Na komm! Hier! Komm! Lang! Ach du! Ich beschütz dich! Du? Ich muss dich bildern! Ich geh vor! Ich geh vor! Nein! Alter! Alter! Nein! Oh! Jesus! Nein! Alter! Wie dumm! Ich hol mir Eisenzeug, Alter! Ich brauche gute Rüstung! Überleb' ich nicht! Alter! Wie dumm! Einfach nur! Sorry, Mann! Ich war so dumm! Lass mich doch nicht kämpfen! Aber ich hab Dings! Ich hab Dierschwerter in der Truhe getan! In der Mitte! Also bei uns nämlich... Freue ich nicht! Freue ich nicht! Ich brauche aber! Achtung! Da geht schon wieder einer zum Left-Core! Ein Full-Dir-Type! Achtung! Hier ist nur ein einziger von uns, der ist getötet! Scheiße! Die sind alle bei uns! Die sind alle in der Mitte! Die sind alle in der Mitte! Die sind das gesamte Team! Nicht bei uns! Und Left-Core! Unser Left-Core ist jetzt down! Ja, ich komme! Die kommen lang mit ganz vielen Full-Dir-Types! Ich komm zu denen, also! Ich bin voll einmal mit dir! Komm, 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 komm! Hier lang! Die sind hier! Ja, aber hier direkt bei uns in der Mitte ist einer! Also zumindest hier so einer Grad! Oh, ich hab ihn so rasiert! Richtig so geile Kombi! Ja, wir haben ihn! Da kommen aber noch mehr! Geil! Gekillt! Mike, komm zu mir hier! Ja, wir gehen da drüber! Schau mal! Du kannst ja auch einen Gärschwert holen, ne? Das weißt du! Will ich aber nicht! Oh, ich kanns Sprung! Nichts Sprung! Ich bin! 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 Hat ihn! Frau Bino! Xu! Nein, da ist noch einer! Okay, ist doch gang Wo bist du?! Schau halt so! Hier hinten, hinten ist noch einer! Hier, ich hab... Komm her! Okay, ich komm! Ich komm! Woa! Ich mache hier lieber ne Brücke, bevor wir runterfallen! So wie du! ich dachte er wird zurück ich wollte sie gerade bauen er war wohl auch noch auf warte auf mich okay warte auf mich warte auf mich er kommt vielleicht wenn du Glück hast und zu viele Gegner kommen dann ja ich bin leichter wir sind bei deren Kurve wir sind bei deren Kurve Sacki ich komme schon zu sagen ich kann die Einzelplätze ich bin gleich da ich bin deutschland verlaut okay nein ich bin Tostola da ich möchte ich komme ich komme ich bin jetzt auf der Brücke 9 3 2 okay ich bin da oh scheiße dein Ernst ist da wenn ich tot bin ja okay ich warte hier auf dich okay ja ich muss mir erstmal wieder Eisensachen machen ne mach das nicht sonst sterbe ich sofort du kennst mich scheiße 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 so ganz schnell ganz schnell so weh no digga du fallst einfach runter man dann Leute die Folge ist ein bisschen Fehler wenn wir das auch nicht packen dann werden wir es auch nicht hoch können also wirklich geil Alter ich hatte noch ein halbes Herz und hab zwei damit gekillt also Alter ich hab einen von der Brücke runter schaden den anderen ne äh sechser Combo gegeben easy Alter ich lass dir ich bin hier wo du gestorben bist kommt ich bin bei deren Chor langweilig ist ich bin bei deren Chor kommst du ich bin bei deren Chor kommst du ja warte ich hole mal dir schwer und ich komme bei deren Chor bei der Chor wo du gestorben bist ich versuch da nicht zu kommen ich ich halte hier Wache warte da ich seh mich hi ich bin in der Mitte siehste mich Feind Feind wo scheiße ich sterbe ich sterbe ich er ist unter Beschuss ich bin unter Beschuss aber ich hab mich haben er sieht mich nicht läuft gut Alter nein 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 hilf mir hilf mir hilf ok komm hier hinten hier hinten ich bin ein Gegner hui zwei Feinde kommen auf die Brücke wo du grad drauf bist was wo ich sehe sie nicht da hinten da da ich geb den hinteren ok der rennt naja das war's ich hab keine äh Pfeile mehr ja komm her ja nein nein alter alter ich hab's nur überlegt nein 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 ich hab ihn geil komm wir gehen jetzt ich hab den Kill abgestallt alter da schießt jemand geh nicht auf die Brücke nicht auf die Brücke nicht auf die Brücke ich bin down ok ich kehre wieder ok er ist einfach runter gesprungen ok warte ich hab die Brücke ich bin schon wieder gestorben ich bin schon wieder gestorben wenn wir die Folge wenn wir die Runde schaffen dann bitte eine reichen Folge also noch gar keinen Kurs abgebaut als die rot sind nur noch vier Leute jetzt ja ich bin bei deren Kurs komm her komm her komm her ich bin safe hier alles ich versuch alles zu safe ich geb mein bestes ok lo was hat der für viele P-Skills nein 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 hab ihn ich baue ab ich baue ab der Diatypi muss mich beschützen weil er ist Diya und ich bin Iron ne ich komm ich komm ich komm ich bin da ich bin da auf der Brücke nein 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 wir sind bei uns komm her Terminator ich bin da ich bin da ich bin da er ist down nein nein ich brauche ich brauche ich brauche erst mal lass ihn holen der muss abbauen aber Kamil schwer ist genauso schnell schnell abbauen ja weißt du was wir machen wir machen den Zug wir machen die so einen Sniper Base oder lass mich bauen stehst du so das nein 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 so eine Sniper Base ich lass mich bauen ihr könnt mich schützen ach so besser nein beschütz mich ich muss bauen nein Hilfe der ist gut der hat Feuer nein Hilfe Hilfe ich bin da 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 nein das war unsere Schuhe oh weißt du wie man hat sich die Mühe gemacht und eine Truhe vollgemacht mit Eisenzeug das ist aber lieb denn ich bin da keine Zeit unser letztes Tier schwer das 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 der oder die Nein ja zu der Leib 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 wir verteilen uns weil jetzt kann es werden der anderen vorhanden dann greifen wir noch die anderen Koffer und dann sind die voll unter Beschuss und dann noch haben wir die ist unter Beschuss natürlich ja unter Beschwerden Schuss hat die okay wo bist du ich habe ich habe auch noch nicht ich habe Schützen aufgestellt nein ich bin da heilt das und er hat er hat unser letztes hier schon haben ich konnte jeder kommt drauf die rechte Seite so gelöst ich bin ich bin du brauchst ich bin ich habe es ich bin Achtung nein das haben wir nicht Achtung hab ihn der andere muss andere der ist hier ja du musst hier bauen du musst mir helfen nein nein du musst helfen ich baue ab erst gleich da ich bin komm 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 hab ihn los gewinnt für uns ja er sollt den anderen sofort auf den anderen gehen lol wie wir gewaggt haben ich würde sagen sie auf den anderen Koffer ich bin down und das war sehr schlau von dir ich bin durch den Dach ich bin zwei geile Runden das war ich habe da eine gute Runde da hat sich ganz kurz zum Leben das war für die Folge wenn sich gefallen hat die positive Bewertung schau auf Marvins Kanals vorbei und schau auf den auf die Leaks vorbei vor allem auf den Typen der unsere Funken jetzt macht das habe ich gar nicht vergessen zu erwähnen und zwar da ist einfach in der Beschreibung auf den Seite vorbei haut rein Leute und tschüss sag tschüss ja tschüss tschüss das war das war aussch Untertitelung des ZDF für funk, 2017